Was ist Dystonie? Dystonie ist eine Erkrankung, die die Bewegungsfähigkeit und Funktion der Muskeln im Körper beeinflusst. Häufig manifestiert sich der Zustand durch abrupte Bewegungen, die eine Verdrehung und fortgesetzte Wiederholung erfordern, sowie die Unfähigkeit, in einer normalen Position zu sitzen. Es gibt verschiedene Arten von Dystonie, von denen einige mit den zum Zeitpunkt der Geburt bestehenden Bedingungen in Verbindung stehen, während andere eher mit einer Art von Gesundheitskrise im späteren Leben verbunden sind. Die Symptome dieser Art von Bewegungsstörung können auf den ersten Blick geringfügig erscheinen und dann bei Verschlechterung des Zustands ausgeprägter werden. Bei Erwachsenen sind die Hände eines der ersten Anzeichen. Die Fähigkeit, leserlich zu schreiben, kann abnehmen, da es schwieriger wird, einen Stift oder Stift festzuhalten. Gleichzeitig wird es möglicherweise schwieriger, Teller, Bücher oder andere Gegenstände mit den Händen zu halten. Wenn die Dystonie fortschreitet, lässt das Individuum Gegenstände häufiger fallen und stellt fest, dass es wenig Kontrolle über die normale Funktion der Muskeln in den Händen hat. In kurzer Zeit löst Dystonie Schmerzen in den verschiedenen Muskelgruppen aus. Zunächst kann es bei der Ausführung alltäglicher Aufgaben zu kurzen Schmerzausbrüchen kommen. Diese kurzen Stöße machen sich schnell bemerkbar und schließen Krämpfe in den Händen und Beinen sowie die allgemeine Unfähigkeit ein, eine bequeme Position zu finden, wenn sie im Bett sitzen oder ruhen. Das Zwerchfall kann Krämpfe bekommen, wenn die Person einen Atemzug nimmt, gefolgt von Muskelkontraktionen im Kiefer und anderen Muskelgruppen im Körper. Wenn sich der neurologische Zustand verschlechtert, wirken sich die Symptome auf andere Weise auf Körper und Geist aus. Depressionen und Angstzustände können sich entwickeln, unterbrochen von extremen Launen und Reizbarkeit. Die Schlafzeit wird verkürzt und oft durch plötzliche Torsion in einem Teil des Körpers unterbrochen. Sogar die Fähigkeit, klar zu denken, kann mit dem Beginn des verschwommenen Sehens verschwinden. Bei der Behandlung von Torsionsdystonie und anderen Formen der Erkrankung muss die Ursache des Zustands ermittelt werden. Sollte der Arzt feststellen, dass Medikamente der Grund für die Entstehung von Dystonie sind, kann ein Wechsel der Medikamente ausreichen, um die Symptome zu schwächen und schließlich zu beseitigen. In dem Fall, dass die Erkrankung durch ein physisches Trauma ausgelöst wurde, kann eine Kombination aus Medikamenten und Therapie dazu beitragen, die Symptome unter Kontrolle zu bringen. Wenn festgestellt wird, dass die Krankheit bei der Geburt entstanden ist, kann es erforderlich sein, Medikamente gegen Anfälle oder andere Medikamente einzusetzen, die dazu beitragen, die Produktion bestimmter Neurotransmitter im Gehirn zu hemmen. Es ist wichtig zu beachten, dass Behandlungen, die bei einer Form von Dystonie wirken, andere Arten der Erkrankung tatsächlich verschlimmern können. Aus diesem Grund ist es wichtig, Behandlungsabläufe wie pflanzliche Heilmittel oder Übungen mit einem qualifizierten Arzt zu besprechen, bevor sie versuchen, die Dystonie selbst zu behandeln.